Bruga, das ist die Zukunft. Ich hab die Zukunft gesehen. Bruga, ich bin überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt machen soll. Du hast doch auf dem Kopf die Zukunft. Ich hab einen Polaroid-Film auf dem Kopf und ich trage dabei eine Skibrille. Bruga, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft von morgen. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Mit Sackpots zur Lösung. Ich hab lieber einen Polaroid-Film auf dem Kopf, als dass ich Silent Green essen muss. Oh, lecker. Ich hab gedacht, das ist richtig gut. Na, bitte nicht nochmal den Esel. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Mit dem immer noch der Finger wehen. Wenn ich wüsste, was ich meine, schaut es die letzte Folge bei Matty. Bis zu sein. Oder bei mir ist ja egal. Nein, das ist ja egal. Guck mal, ich war alles anders. Let's play, wir essen. Ist das die Enterprise? Ja, das ist die Enterprise. Die Bösen hinten. Keine Ahnung. Junge, du nervst langsam. Ja. Jetzt machen wir doch platt hier. Der hat gar keine Chance gegen uns. Eben. Der soll mal einfach sein Gesicht in unsere Richtung halten und dann schießen wir mal mit unserem Kamel und dann geht er los. Ja. Quadromeda, tut mir leid. Das ist Quadromeda. Genie, es sieht nicht gut aus. Die Plasma-Dinger des großen Raumschiffs wurden deaktiviert. Tam, Tam. Aber wie kriegen wir sie denn jetzt zum Starten? Beruhige dich, Ass. Fliege deine Biene 2.0 mit L. Du musst die Sackbox... Sackpots alleine haben. Hab ja jetzt schon keinen Bock mehr. Wahoo. Oh, wie gut. Ja. Die Biene 2.0. Achso, ich dachte, da stirbt man. Oh, da stirbt man auch. Guck mal, links. Da ist Böse. Fire in the hole. Guck mal, wie ich mir den Bömmel ziehe. So hin und her machen kann. La, 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 la. La, 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 la. Oh Gott. Das ist so ein bisschen wie diese Jamak-Dinger da mit diesem... so einem Ring, den man da über so einen Strom-Dings machen muss. Weißt du, wie ich das mein? Ach, die müssen wir jetzt sammeln hier? Mit R1 bringst du die Sackpots-Kartout, um dich zu greifen, wie kleine Klammer-Äffchen. Wuhuuu. Komm mal hin. Jawoll. Gibt's da noch mehr? Geh mal ein paar mehr, ja. Oh, komm mal her, Sackpots. Hallo. Ah. Oh, da ist böse. Ah, 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 ah. Ach, da sind noch. Komm her. Hab ich durch. Oh, her. No. Ich hab ihn getötet. Du bist aber auch gemein. Ich wollte dich. Der arme, kleines Sackpots. Dann mach ich das jetzt. Warte mal, da ist noch einer. Geht noch. Komm mit, Kleiner. Komm mit. Die ziehen einen aber auch ein bisschen runter, muss ich sagen. Die sind schwer. Nicht psychisch gesehen, aber wirklich physisch. Also mich ziehen die auch psychisch ein bisschen runter. Depribots. Oh, guck mal. Sehr gut. Hä? Kann man da die Ebenen wechseln hier mit den... Na gut. Vielleicht auch gar nicht. Ich halte einfach meinen dicken Brummer hinterein und dann geht das. Die mächtige Kriegsmaschine der Allianz ist unbesiegbar. Stimmt gar nicht. Ich hör mal die Musik. In diesem Fall befördere die Sackpots hinauf ins Elysium und darüber hinaus. Freude, Schöne, Getaftung, Kindhoffter, aus Elysium. Das hält sich auch mehr fest. Irgendwie haben wir die Viecher verloren und haben uns so gegenseitig da angepasst. Und dann da festhalten. Guck mal, die gehen hier echt alle Musikrichtungen durch. Das ist doch dieser, wie heißt das, dieser minimalistische Stil. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Boah, Kinder sind da voll runter. Sag Gott. Boah, ich hab noch meinen. Das ist gemein. Vier Stück, na komm. Hier. Das Negativitron muss besiegt werden. Der Name Avalon Zentrifuge soll bis in die ferne Zukunft nachfallen. Na meine Meinung. Aber das ist klasse. Das kann ich mir auch so richtig schön als Sprinter-Mission vorstellen, sowas hier. Oh ja. Bestimmt nervt von Ende. Guck mal, ich hab zwei. Moin, haben wir es ja geschafft, dass ich die... Ach, da wieder die Halskrankheit, ne? Dann können wir die ziehen, mich aber wirklich nach unten die ganze Zeit. Das ist voll böse. Mach Kinder. Lass mich. Nee, jetzt aufzuwackeln. Ja. Lass los jetzt. Die sind auch so ein bisschen... Ich weiß nicht. Sperrig. Die können das auch besser machen, die Viecher, ne? Ja, kannst du dich mal so ein bisschen Mühe geben. Mach mal meine Augen. Neue Outfit. Die funkeln manchmal. Das habe ich doch schon das Outfit. Ich wollte gerade sagen, den hast du doch. Diesen Mann der Zukunft. Ja. Ich finde die Musik gerade richtig gut. Das ist immer ein Genuss. Hey, Champ, du musst irgendwas finden, um den Schaden zu verdecken. Das ist für mich so Klangkarussell nur in Kuhl. Ja, lass uns es überdecken. Nicht... Oh. Das ist ja genial. Warte mal. Wuhuhuhu. Na, hier. Hier, loslassen. Äh. Äh. Ist ja gemein. Nichts, damit ich auch hauen soll. Nein. Nicht hauen. Nein. Ja, lass, lass los. Perfekt, oder? Du wirst doch passen. Hier, komm her. Äh. Äh. Leuchten deine Augen manchmal aus, ne? Hast du den Kopf gesehen? Ja. Oh, Bruga. Hä? Was denn? Du musst so wieder halbe Arbeit hier. Ach so. Ja, das geht nicht besser. Guck mal. Einmal mit Profis. Einmal. Kann ich auch dahinter lernen? Wuiiii. Hier, Übersetzungsarbeit. Sieht von mir kaputt aus. Sieht gut aus. Mal machen. Guck mal, die faulen Säcke. Sie können ja auch ein bisschen helfen, ne? Ich sag ja. Baaah! Komm, Mädi. Lies. Pass auf, es ist mehr Spannung in der Luft als damals, als ich Victoria einen variablen Straubenschlüssel gekauft habe. Oha. Ich hab's trotzdem geschafft. Das ist Sau. Das ist Let's Player. So muss ein Let's Play sein. Labern und trotzdem noch irgendwann hinbekommen. Muss. Wie eine mächtige römische Straße trägt dieses Fließband unsere Truppen in den Tod. Oder zum Ohm. Oder zu beidem. Aha. Watt? Ach, die soll man hier fallen lassen. Guck mal. Äh. Okay. Nicht schwer. Ich will auch mal, Bruga. Das ist so ein bisschen wie Pachinko. Hier, ne? Ich steh nicht so auf Techno, aber ich find es Quatsch. Das ist Pachinko. Irgendwie passt die Musik sehr gut, find ich. Oh, hol dir noch einen zweiten Kopf. No, Mädi. Komm, wie das aussieht, wo das seitlich fliegt. Die Beinchen von dem Team. Oh, oh, das war... Da ist er aber gestolpert. Dat war aber nix. Dat war nix, Mädi. So, warte. Komm her. Schnell, lass das. Haha, Bande. So. Trickshot war das. Das war ein astreiner Trickshot. Oh, der kommt von dem Vieh. No, no. Siegreiches, wenngleich prahlerisches Glucksen. Oh, Gott, no, no. Kann das authentisch? So, gut, wir haben nach oben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Rohre sind nicht mehr ausgerichtet. Nicht mehr richtig ausgerichtet. Boah, Arke, meiner auch nicht. Boah, nicht pfeifen, bitte. Tut mir leid. Ich entschuldige mich in aller Form. So. Wee! Ne, doch, die Musik, die gefällt. Die ist schön minimalistisch, aber es passt. Die aber nicht so minimalistisch wie Fahrstuhlmusik. Also so cool minimalistisch. Ja, dann musst du Lunas Gitarrenmusik hören. Das ist richtige Fahrstuhlmusik. Das muss ich mal machen. Wow! Äh. Lies. Ich hab alle vier. Okay, Arme, Z-Pots vertragen sich nicht gut mit Elektrizität. Also ich wär doch ja ein bisschen vorsichtig. Ja, moin, mach mal doch. Uh, 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 uh. Äh. Uh, 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 uh. Ich bin drei geopfert. Oh, 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 oh. So, Kumpels, alle mit, komm. Okay, dann nimmst du sie frei. Ja! Du opferst wieder. So, komm alle mal mit. Komm, gib mir auch mal ein. Ah, jetzt denken wir aneinander. Nein, lass doch los. Ich nehm fünf, ich nehm fünf. So. Du hast einen. Warte, warte, warte. Benni, warte doch. Du wirst mir schon wieder weg. Ich seh gar nicht, wo ich bin. Jetzt bin ich tot. So, ich nehm mal drei mit. Ich glaub, wir müssen hier sechs Stück abliefern. Glaubst du's? Oh, Benni! Jetzt! Ja, komm, lass das als Kollektiv. Ja, wir sind gerade so ein homogener Club. Alter Schwede, wir haben sechs Stück gerettet. Gerettet, tettet. Komm, das gibt doch Bonus. Geht da auch alle mal rein. Geh rein, hier. Oh, wir können fliegen. Wir haben sechs gerettet, aber wie viele hab ich gerade verbrannt? Ah, man muss auch Abstriche machen. Das ist Kollateralschaden. Oh je. Was ist hier los? Alter, komm mit. Komm mit, ihr Kleinen. Los, Kleiner. In die Brutzel, vorne hier. Alter Schwede, was die für ein Gewicht haben. Die kleinen, großen Peets. Und später. Ach so. Hä? Warum kann ich nicht fliegen? Die halten sich aber manchmal von selbst fest, ne? Ja. Ich fühl mich gut gerade. Ah, da kommen noch ein paar. Moin, Chefs. Hä, warum geht's nicht weiter? Oh. Warmer. Ist das Sprühkäse? Ja, wollte ich gerade fragen. Ist das Sprühkäse? Oh. Der wird jetzt auch Lust auf Sprühkäse. Wem Sprühkäse Antrieb? Irgend so was, ne? Das ist schon lustig. Ich verneige mich vor euch. 100, 100, 100. 90. Was soll das? Wie machst du eigentlich andere Emotionen? Hä? Wie meinst du? Ja, du hast doch so einen Katzenkopf da. Ja, kann ich gar nicht. Deswegen, ja. Ich lass den Kopf hängen. Hast du da ein anderes Bild? Ne. Hab schon probiert. Man sieht's leider nicht durch den Helm. Schade, schade, schade. Oh, das macht mich so traurig. Man sieht nur Flimmerstreifen. Wir haben jetzt zweimal direkt hintereinander 100% gehabt, um euch das nochmal zu beweisen. Hier, guck mal da. Ja, guck. 100. 100. Und einmal 90. Das kann man lassen, finde ich. Ja. Gut. Der Gefahr ins Auge sehen. Machen wir noch, oder? Ja, ja. Ich hab für deine Zeitplanung, glaub ich, nicht im Kopf. Aber hey, machen wir noch. Ne, machen wir noch. Ja. Sind wir das bei 11 Minuten? Das geht locker. Machen wir noch. Oh, guck mal. Eine Hippie-Braut mit rosa Haaren und ein Typ mit orangenen Haaren. Das war einer mit Schlappohren. Das war ein Hund, oder? Ja, das ist mega klasse. Das will ich auch haben. Das große Raumschiff versucht den Durchbruch. Beschütze es vor Schergen des, oder vor den Schergen des Negativitrons. Feuere die Honig. Ernsthaft. Honig-Kanone mit X und schieße dir den Weg frei. Keine Gefangenen, keine Gnade. Also, wenn das jetzt nicht mal was von Rayman hat. Honig. Wofür steht Honig eigentlich? Ich weiß es nicht. Haut ohne Niedergang ins Gebelg, oder was? Ja, das ist doch. Das könnte sogar hinkommen, ne? Weiß man nicht. Tchuuu. Hätten wir ja mit schon ein paar Bubbles verpasst, weil wir nicht alle erwischt haben. Ne, wir machen das so. Einer von uns beiden muss die obere und der andere die untere Hälfte machen. Okay. Passt schon. Erkline mich, finde ich, ja. Oh, 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 oh. Schieße ich eigentlich schneller, wenn ich drücke? Ja. Oder wenn ich halte? Ja. Ich drücke die ganze Zeit. Ja, stimmt. Das sind um einiges schneller. solche spiele liebe ich ja also super aber dafür hatte ich früher immer gerne so gamepads mit einer automatik also hier ne einfach gesurte halten und er drückt die schnellstmögliche frequenz ja mögliche mögliche aber wenn sachen oder wasser oder ob es böse immer macht immer so ein schub du schießt mich vorher auf zu schießen mann sie sind beschießt mich vor wir wollen ob 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 hier mit meiner ohne Niedergang in der Weltkanone neuen wir haben die Babels verpasst aber nicht gestorben sind das ist doch wohl wir haben schon zwei preisbar wird verpasst war er aber nicht gestorben das kommt nur weil ich dich die ganze Zeit mit dem Honig abgefetzt habe mit der Honig voll der Honig warum hab ich dich da gerade reingeschoben ich weiß es nicht aber ich bin gestorben einfach so ja die hat sich ihre Fühler geklemmt voll mies aber die Musik ist gut ja so happy techno gerade da da hat er 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 hat zu Glück kann man kurz manövrieren im vordergrund jetzt kommen sie wieder mit alle sterben aus uns bleibt nicht viel zeit vollgas voraus nein ich bin nicht ganz passag kennst du doch dieses super nennen spiel von aladdin das war genau mit dem teppich ist es doch furchtbar furchtbar ich am meisten gehabt die passage ich stelle es mal zu viert vor das geht mal gar nicht jetzt fliegen wir jetzt grad die karl augenkrebs mir wird ganz schummrig mit honig das ist so gut wo auch auf der war war aber war an war man war die Kavalerie der Kette der Kette der Kette der Kette die Kette die Kette die Kette die Kette die Kette die Musik ist echt gut also ich muss sagen der Soundtrack ist wirklich klasse vor dem ganzen Spiel jetzt auf einmal geht es wieder los von 0 auf 100 so hat sich hier nicht jetzt wieder schießen schießen nicht schießen ich wäre das hier nicht schlauer Brugger ich auch nicht ich krieg mal ein bisschen vor als Suppler Tascht Hilfe jetzt kommen sie wieder Achtung das Geräusch ist super wir haben es geschafft wir haben es überlebt die Flucht aus Avalon das Ding sieht aus wie der Kopf von einem Sackboy ja wie ist der Syphilis oder Syphilo ich hab's gehört ja guck mal wir haben die Brille von Avalon genial das ist so gut und 100 kommt nur ach du arme kleine Katze ach guck mal so ich muss ja meine Unterliebe meine Unterlippe durchwackeln siehst du ja wenn ich das traurige Gesicht mache mit dem zuckenden Unterkinn äh Unterkinn ich laber wieder an Scheiß Maddy das ist ein guter Hinweis wir müssen jetzt aufhören wir müssen diesen Part beenden wir haben zu viel Bienenholung nicht verklebt wir haben erst 17 Minuten wollen wir machen nochmal kurz Schubserei ja können wir auch machen komm wir schubsen noch ein bisschen das ist bestimmt eine VS Map das macht bestimmt Spaß das sieht schon so aus ja so zwei sich gegeneinander angucken eine Viecher so äh ihr seid alle blöd ja oh yeah oh Gott dies ist ein Versus Level bewege dich mit dem Stick und setze mit X den Schub ein schubst du deinen Gegner gnadenlos in die Barrieren um sie zu besiegen oh gar ich hab Angst oh Gott nein was ist das denn oh du bist gemein du bist gemein das ist ja wie Mario Party hier nein so komm her komm her Junge ja nein 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 oh oh mit Anfeucht Aua hahaha nein oh man das ist so fies hier ooooh ooooh ja was sind das denn so zu Kugelvögel oder wie Knoll ja irgendwie schon das ist so mies ja super ja oh wenn ich kann sowas nicht ich bin mehr Koop als du das das ist unmöglich da wegzukommen wenn du einmal im Strudel bist guck dir das mal an hier ja ja neiiiinnn was neiiiinnn ooooh ooooh neiiiinnn ey man kommt nicht mehr weg wenn du einmal den Turbo drauf hast ja jetzt kommt er nicht mehr raus kann ich nicht da tanken und dann hab ich gewonnen hehehe so blöd das ist so blöd zeitspiel zeitspielen mit Baron ist doof ja neiiinnn man kommt nicht mehr weg es ist so unglaublich das ist auch teilweise so richtig kamikaze zeug was wir hier machen gehst da hin drückst ihn mal richtig weit weg und dann ach Minus gibt das wenn man sich selber aaaah lass mich nur kurz angeditscht neiiinnn neiiinnn so gemein neiiinnn 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 juhu hehehehe egal aaaah wie bescheuert die Spiele sind aber ich glaub zuviel das dir richtig gaudi oder wer von euch kennt eigentlich noch diesen Stecker der da rechts ist ja ja oh diese den gibts doch noch beim Monitor das sind die neuen sogar äh die alten hatten so ne Trapezform glaubt ne nicht Trapez wie sagt man ja ich weiß schon äh gegenüberliegende Ebenen parallel und ach keine Ahnung Parallelogramm so keine Ahnung na gut Leute ich würd sagen wir gehen wieder in die Zentrale zurück und lasst uns doch nimm sie mich auch ab zurück zur Zentrale wir müssen jetzt äh die große Invasion von dem Negativitron vereiteln richtig nicht mit Schubserei sondern großes Raumschiff in großer Gefahr aber das gibts nächstes Mal Leute lasst uns doch gern n bisschen Zucker da also will sagen Bewertungen, Kommentare freuen wir uns total drüber yay oder Mehdi? na natürlich freu ich mich total drüber und ich tanze für euch den Katzentanz dä 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 bist du nächstes Mal Leute mit einem Spiel das da heißt wow 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 bye bye so heißt es nicht LittleBigBlanet 2 bis dann głowen hale je touch